Seid herzlich willkommen zurück zu Dranks Dogma, ihr Lieben. Wir sind im Grabenbruch angekommen, die Ereignisse haben sich überstürzt, ihr habt es gesehen, die Welt ist dunkel. Wir werden verdächtigt mit Grigori, dem Drachen, gemeinsame Sache zu machen und den Herzog verhext zu haben. Und auf unserer Flucht sind wir hier in den Grabenbruch runtergefallen und haben jetzt von Quince Sedami hier eine Aufgabe bekommen, nämlich 20 Lazarussteine zu sammeln und jetzt unterhalten wir uns erstmal mit ihr. Oh, wo ist denn hin? Quince, wieso bist du jetzt weg? Achso, Quince. Okay. Nochmal ansprechen? Nein, wir sind reingefallen, Quince. Es scheint, als würde sich der Schacht in einem endlosen Kreislauf von oben nach unten in sich selbst ergießen. Da kann man mal drüber nachdenken, was er uns damit sagt. Ja, dann gucken wir uns hier erstmal um, würde ich vorschlagen. So ein bisschen kennen wir das ja schon. Da geht's nach oben. Mal gucken, was finden wir. Da kommen wir wieder raus. Vielleicht sollten wir erstmal, ich hab nämlich gesehen, genau, gelangen wir wieder nach oben. Genau, ich würde vorschlagen, wir gehen erstmal nach oben und rasten ganz kurz aus einem einfachen Grund. Fall wie rauskriegt, wir kommen hier raus, genau. Yeti ist ein bisschen gesundheitlich angekratzt und wir werden jetzt wahrscheinlich die ersten Kämpfe in den einzelnen Kammern. 16 Stück gibt's oder 15. Ich glaube mit dem Urdrachen 15. Und da werden wir uns erstmal, glaube ich, auffrischen von, ich hab auch ein bisschen, ein bisschen Gesundheit mit abgegeben. Gehen wir erstmal hier, hier ist nämlich der Händler jetzt. Und dann werden wir unser Lager kurz leer machen. Ja. Lass mal kurz das Lager leer machen. Einlagern, lass mal gucken, weil ich glaube, wir haben jetzt viel Zeug, was wir nicht unbedingt brauchen. Den Zielkristall brauchen wir jetzt auch nicht. Den behalten wir. Das behalten wir alles auch. Opa, Mensch, was mach ich denn? Also Leute, ist doch wirklich schrecklich. Was treibe ich nur? Genau, all diese Sachen hier geben wir mal ins Lager. Damit wir wieder leicht sind. Ein Echsenschwanz. Ich frag mich aber immer, was man mit diesem Echsenschwanz eigentlich tun soll. Turrican, wieso hast denn du Granceskraut mitgenommen? Ich glaube, ansonsten tragen wir nix. Den Stein nehmen wir in jedem Fall mit, weil es könnte durchaus sein, dass wir uns wiederbeleben müssen. Das ist nämlich, wenn man Lazarusstein im Gepäck hat und man kommt zu Tode, dann kann man auch den Lazarusstein benutzen, um einmalig wieder aufzuerstehen. Das ist manchmal ganz... Ja, so, jetzt mal gucken, was haben wir denn hier noch an Heilung? Das ist Sage. Die hat einiges. Turrican hat nicht so viel. Vielleicht sollten wir ein bisschen gucken, dass wir ein bisschen von... Was gucken, wir müssen... Was nehmen Sie denn selber? Ich glaube, nur den Grünlattich. Komm, jetzt hier nimm mal den Grünlattich. Den wirksamen. Banngras, Schicksalsgras. Wo ist denn der normale? Nachtjammer. Stursprass. Haben wir gar keinen mehr? Nö, ich glaube, wir haben gar keinen mehr. Abgelagerter Grünlattich. Den geben wir nur mal Turrican. Ach, wir gehen jetzt einfach. Beziehungsweise werden wir erstmal eine... Einmal übernachten, bleiben bis zum Morgen. Und dann geht's runter in den Grabenbruch. Und wenn man die einzelnen... Die einzelnen... Ähm... So... Kann man durchforsten. Bis wir mindestens 20 Lazarussteine haben. Dann ist der Quest nämlich abgeschlossen. Wir können auch mehr sammeln. Wir können auch alle... Alle kann man machen. Oder versuchen, alle kann man zu machen. Dann muss man immer in den Grabenbruch reinfallen oder runterspringen. Habe ich noch ne... Ich hab keine. Nehme ich mal die Lampe. Das könnt ihr mir ja schreiben, ob wir bloß 20 Steine sammeln sollen. Oder ob wir weiter in den Grabenbruch gehen, bis wir alle... Oder weitestgehend alle Kammern haben. Da gibt's schöne Kämpfe. Da richte ich mich ganz nach euch. Schreibt's mir in die Kommentare. Alle Kammern? Oder bis zu 20? Da haben wir einen Händler. Ja, hast du was Schönes für mich? Mit ihrem letzten Atemzug bat, mich meine Herren hier auszuharmen. Das sind alles, was sein. So, und jetzt steht er hier und ist ein Händler. Jetzt gucken wir mal, was er hat für uns. Irgendwas, was wir vielleicht brauchen können. Rachenrein. Errettungselixier. Eine mysteriöse Flüssigkeit nutzt sie, um Fähigkeiten wiederherzustellen, die durch Magie unterdrückt werden. Und das ist vielleicht gar nicht schlecht, das zu haben. Gefrorenes Weihwasser. Nehmen wir auch mal mit. Kohle haben wir ja. Basilisken. Nutzt es, um Versteinerung zu heilen. Komm, da nehmen wir auch mal mit. Konditionsquellen. Vollständigkeit. Kraft. Und er hat aber viel Zeugs. Waffen hat doch nichts. Goldene Armbänder. Die wollen wir jetzt nicht haben. Ne, nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht. Wollen wir nicht haben. Jetzt haben wir erst mal genug Zeug. Jetzt mal gucken, ob wir hier schon in irgendeine... Kommen wir hier schon irgendwo rein? Da ist da irgendwo eine Tür. Wo müssen wir denn rein, Leute? Wir können hier nirgends rein. Müssen wir wieder runterhüpfen? Jetzt... Lasst mich mal orientieren hier. Also dann hüpfen wir halt runter. Dann hüpfen wir runter. Hier kommen wir nicht weiter. Es gibt keine Tür. Hi, Quince. Wir hüpfen. Und versuchen gerade mal... Hier. Genau. In diese Kammer zu gehen. Hier stehen überall... Überall sind hier Vasallen. Die könnte man jetzt auch mieten. Aber wir gehen einfach mal jetzt hier in diese Kammer. Und schauen, was uns erwartet. Welche Kammer du auch immer bist. Die Kammern haben nämlich Namen. Es ist die Kammer der Wirrnis. Ne, wir sind nicht gefangen. Wir können hier wieder raus. Wir können hier bestimmt wieder raus. Jetzt gucken wir mal, was uns hier erwartet. Gehen wir mal rein. Da stehen welche. Die mit uns reden wollen. Das sind offensichtlich Vasallen. Die haben uns bestimmt irgendwas zu erzählen. Hallo. Rochelle. Der Crest. Oh man, ja. Okay. Also das ist ein Vasalle, dessen Master ähnlich, oder dessen Herr, ähnlich wie bei Quince, hier ums Leben gekommen ist im Grabenbruch. Oh oh, unter den Vasallen, die diesen Ort bevölkern, sind einige, die einen jeden angreifen, den sie erblicken. Also wir sind gewarnt, wir müssen aufpassen, hier leben offensichtlich lauter Vasallen, deren Herren ums Leben gekommen sind. Jetzt sag ich's einfach nochmal, was ist denn nur los mit mir? Und die Vasallen, die bleiben dann einfach da unten. Und müssen dann da unten ausharren, wahrscheinlich bis irgendwann mal irgendwer, irgendwer kommt, um sie zu befreien. Aber wie man sie befreit, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass wir 20 Lazarussteine finden müssen. Und da zerlegen wir mal alle Kisten. Weil es könnte auch sein, dass wir nur Lazarussteinstücke finden. Wenn man drei von diesen Stücken hat, dann ist es auch so, dass man einen Lazarusstein zusammensetzen kann. Aber jetzt gehen wir mal weiter durch die Kammer. Oh oh. Ein evil eye. Da sind wir jetzt in der Arena. Oh, das ist dieses... Wir sollen schlagen, wenn das Biest abgelenkt ist. Also dann schlagen wir halt mal drauf. Oh oh. Was ist passiert? Was ist das? Versteinerungen. Okay, wir haben eine Versteinerung. Das heißt, wir brauchen jetzt... Können wir jetzt das Basiliskenfluidium nehmen? Irgendjemand hat uns versteinert? Jetzt muss ich bloß noch das Basiliskenfluidum finden. Haben wir doch gekauft, oder? Müssen wir in aller Seelenruhe gucken. Sind offensichtlich... Ja, zwei sind versteinert. Ich selber und Turrican. Wo ist es denn? Jetzt, wo habe ich es denn hin? Habe ich Sage gegeben? Also irgendwo müssen wir Basiliskenfluidium haben. Damit kann man nämlich diese Versteinerung auflösen. Nur ich finde es jetzt nicht. Ach, was treibe ich hier? Jolina, das ist doch nicht zu glauben. Geschmeidigkeitsbalsam. Also mich könnte ich retten. Die Vasallen nehmen es selber leider nicht. Heilbrunnen, flüssiger Erlangen, Gesundheitstrank, Aufmunterungshexertrunk, getrocknete Kräuter, Balsam, Duftwasser. Wir haben doch gerade eben... Immer haben wir doch welches gekauft, oder? Vermoderte Bärenfl... Aufmunterungs... Kräuterbier, Errettungselixier, gefro... Na, da ist es doch. Jemine, so, jetzt haben wir es genommen. Aber wer hat uns denn hier versteinert? War das dieses Vieh da? Okay. Also, dieses Vieh, bei dem ist es offensichtlich so, dass es immer zaubert und ab einem bestimmten Punkt kann man es... Ah, verflicksam aber auch. Dass es immer einen Moment gibt, wo man es angreifen kann und wo es dann also tatsächlich auch verletzlich ist. Aber da sitzt es zum Beispiel, aber sobald es zaubert, seine Magie auflädt, in der Zeit ist es... Ist es angreifbar? Oh. Die Tentacles, die sind übel. Ja, ja, ja. Komm, 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 komm. Ich schlag dich. Jetzt ist bloß die Frage, wo ist das Große? Ah. Wo ist der Körper? Wo ist der Körper? Wo ist der Körper? Der muss doch wiederkommen. Da kommt er. Komm, 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 auf. Jawohl. Wir haben einen Augenblick, wo es keinen Schutzzauber hat jetzt. Und dann kann man es angreifen. Juppie. Hau drauf. Juppie, los. Mach's tot. Oh, ich bin außer Atem. Habe ich mich wieder vorausgehabt? Das ist nicht gut. Das sollte ich nicht machen. Das sollte ich nicht machen. Und Eis hilft auch hier. Yeti, mehr vom Eis. Mehr vom Eis. Mehr vom Eis. Ah. Los. Ah, diese blöden Viecher. Yeti, heil mal. Turrican dient uns als Köder. Wo ist der Körper? Ist the time to strike. Also, dann streiken wir mal. Ja, los, komm. Ja. Juhu. Ah, jawohl. Und der lässt natürlich üble Augen tropfen. Der lässt natürlich eine ganze Menge jetzt tropfen. Also, diese Feinde, die hauen immer tolle Sachen raus. Jetzt müssen wir hier mal durchgehen. Ob wir da noch irgendwas nochmal widrieren. Da kommen, da kriegen wir die Lazarussteine her. Danke, Yeti. Das war ein Evil Eye. Das erinnert mich an Bloody Evil Eye. Hast du eigentlich dieses Spiel jemals gespielt? Das ist eine Let's Player-Kollegin, die ihr vielleicht kennt. Evil Bloody Eye nennt sie sich. Und die hat vielleicht dieses Spiel auch gespielt. Jetzt gucken wir uns hier erstmal kurz um. Ob wir irgendwas finden können. Yeti nimmt einen Pilz. Oder hat einen gefunden. Gibt's irgendwas, was wir hier finden können ansonsten noch? In dem Grabenbruch, ihr Lieben, gibt's die tollsten Sachen. Tolle Waffen. Tolle Waffen, tolle Rüstungen, tollen Schmuck. Also da gibt's wirklich tolle Sachen. Da solltet ihr immer gucken. Immer schön alles ablaufen. Gar nix. Gar nix. Ich bin voll konzentriert. Ich kann gar nicht kommentieren. Das gibt's doch nicht. So, jetzt gucken wir nochmal, ob wir hier irgendwas vergessen haben. Die liegen immer auf dem, was man so hat. Was sie so haben. Da kann man leicht was übersehen. Okay. Also da gibt's hier offensichtlich nix mehr. Ich guck nochmal auf die Karte, ob wir was übersehen haben. Nein. Auch keinen anderen Ausgang. Wir haben bloß diesen einen hier. Dann gehen wir jetzt weiter und schöpfen einfach in die nächste Kammer, oder? Das war die Kammer der Wyrnes, Leute. Ja, das frage ich mich auch. So, die sprechen wir jetzt nicht mehr an, weil ihr erzählt mir, glaube ich, bloß wieder das Gleiche. Hi, Rochelle. Sondern wir machen einfach weiter. Wir gehen in die nächste Kammer. Wie viele Razzore Steine haben wir denn jetzt? Mal kurz gucken. Lazarus Stein, wo bist du? Drei haben wir schon, guckt mal an. Wir haben schon drei Lazarus Steine und die über... Da übergebe ich doch jetzt mal zwei das Sage. Die soll die ruhig tragen. Und von dem Vidrian das übergeben... Die drei Sage, dann ist das mit dem Gewicht besser verteilt. Übler Augen... Augapfel. Was er damit tut. Und dann hüpfen wir in die nächste Kammer. Das wird jetzt sehr kampfintensiv werden. Und ich werde viel schreien, weil ihr habt es gesehen. Wenn die Kämpfe ein bisschen herausfordernder sind, dann fange ich dann doch an, so aus mir raus zu gehen. Ja, genau. Ich gehe dann aus mir raus. Und jetzt springen wir. Wir springen. Und hüpf. Und gucken, wo wir jetzt landen. Nein, du sollst dich nicht festhalten, du sollst springen, Sage. Da... Und... Na komm. Juppie. So, dann gucken wir, in welche Kammer wir als nächstes kommen. Das ist wieder ein Basal. Die Kammer nehmen wir noch. Oder zumindest ein Teil davon. Die sind teilweise ziemlich groß. Laufen wir das mal kurz ab hier. Ob wir irgendwo eine tolle Kiste finden. Oh, da hat jemand mein Jäckchen an. Es ist immer peinlich, ne? Wenn Leute das gleiche anhaben. Lass dich mal angucken. Sieht auch gut aus. Sieht auch gut aus, aber ich sehe besser aus. Ja. Dann... Die Drangsal. Drangsal. Die Kammer der Drangsal. Die nehmen wir mit. Zumindest zum Teil. Weil, wie gesagt, die sind teilweise sehr, sehr groß. Ach. Blöde Viecher. Oh, je, 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 je. Und? Ja, komm, hab dich. Diese blöden Slow Harpies. Wo ist noch eine? Äh. Na komm schon, verflicksam aber auch. Also ich und mein Bogen, wenn's fliegt, wenn's... Ja, sag mal, treff ich die noch heute hier? Ja, na, also geht doch. Manchmal ist diese Kamera wirklich... Oh, Gletscherfetisch, nehmen wir mit. Uff. Was ist jetzt passiert? Bin ich wieder zur Tür raus? Ah, ist doch doof. Ich wollte nicht zur Tür raus, ich wollte rein. Was treibe ich? Ist doch nicht zu glauben. Müssen wir die jetzt alle nochmal machen? Ah, das ist ja wirklich, wirklich schade. Ich wollte eigentlich bloß den Gletscherfetisch nehmen. Fetisch, nicht Fetisch. Fetisch. So. Jetzt laufen wir hier schön ab. Finden wir was? Lazarussteine oder Splitter? Geht nicht in den Grabenbruch ohne Basiliskenfluidum oder Geschmeidigkeitstrank. Weil diese Versteinerung, es ist wirklich so, da könnte... Innerhalb von... Von ein paar Sekunden ist deine ganze Gruppe kaputt. Das ist ne ziemlich üble... Ziemlich übler Zauber. Schon wieder? Wo noch? Oh, Shades, jetzt kann ich schon wieder nicht schlagen, weil du hier... Oh, komm schon. Jawohl, auf. Die hat einen Reisestein, genau. Reisestein fahren lassen, ich hab's genau gesehen. Gletscherfetisch, jetzt nehmen wir ihn halt mit. Sonst noch was? Hier sind wir reingekommen, rechts. Jetzt gehen wir in die Kammer hier. Da steht auch schon eine Kiste. Wahrscheinlich haben wir jetzt einen Lazarussteine... Nein, ein Geschmeidigkeitsbalsam. Ja, das ist wirklich wichtig. Das Blöde bei dem Geschmeidigkeitsbalsam ist, ihr könnt euren Vasallen so viel davon, wie ihr wollt, in das Gepäck geben. Das ist etwas, was sie nicht selber nehmen. Wo geht's da hin? Das ist etwas, was sie nicht selber nehmen. Da geht's nirgends hin. Dann haben wir hier noch eine Kammer und dann geht's da vorne rauf. Ich denke, wir gehen jetzt noch hier in die Kammer und dann machen wir Schluss für heute. Nach oben gehen wir das nächste Mal. Oh, da gibt's auch eine Tür. Jetzt ist die Frage, gehen wir erst durch die Tür oder gehen wir erst nach oben? Ach, das entscheiden wir uns das nächste Mal. Jetzt wünsche ich euch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Tschüss. Tschüss.